Das Opfer wurde mit einem einzigen Schnitt getötet. Mit einem sehr scharfen Messer. Ich mache dir noch ein Geschenk. Wie kommt denn das in deinen Mantel? Keine Ahnung. Fällt es Ihnen so schwer, ehrlich zu sein? Es ist entsetzlich. Du tust jetzt, was ich sage. Verstanden? Ich gehe damit morgen an die Öffentlichkeit. Eine Susanne Mönk kneift nicht. Sie haben beide umgebracht. Erschlagen. Und ihnen ein Schleifchen umgebunden. Aber das macht es nicht besser. Ich kriege ich da. Scheiße. Scheiße! Sag mal, Jan. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, für eine Weile auszusteigen? Jeden Morgen bin er weg erklingelt.